Willkommen zurück zu Protostories, mellgen ein frrrrrrge Nacht! Oh Entry! Ha, das Ding ist aber auch... Ich beginne in der Neuaufnahme und schon in der Neugatastrophe. Das kommt wohl davon, dass du den Serverraum mit Wasser geflutet hast, um die Firebolt zu deaktivieren. Dass das nicht wirklich Fire ist! Das wird nur so gesagt! Hm! Ich glaub das wär richtig. Verdammt! Chicken tut richtige Sachen! Nein! Ja, die Tür wär sowieso... ...nicht... ...brauchsfähig... ...wesen. Waiting... 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 Ich warte. Nein, ich schenke dich nicht. Oh, Chicken hat schon nicht richtig gehandelt. Rating! All right, listen. Ich konnte das Systeme hacken und eine Basis-Diagnostik, bevor ich bin. Der Computer ist der Aperture-Guardian- und Intrusion-System. Oder Aegis, für kurz. Es sieht aus wie ein Sicherheits-Main-Frame. Es ist ein Sicherheits-Main-Frame. Sie versuchen, die Wissenschaftler zu schützen, die in das Systeme zu schützen. Es hat nicht in Jahrzehnten geschlossen. Vielleicht ist das, weshalb es nach uns ist. Und... ... und was auch das Latt-Threat ist. Vielleicht denkt er, dass wir die Wissenschaftler töten. Interessante Theorie, aber warum... Er hat doch gesagt, ein biologisch unbekanntes Wesen und zwei mechanische. Ich? Vigil? Wer ist der Dritte? GLaDOS! Ja, das wär's! Das wär's! Das wär's! Das wär's! Das wär's! Wir arbeiten jetzt mit GLaDOS zusammen! Das wär's! Wir arbeiten jetzt mit GLaDOS zusammen! Ich würde meinen eigenen Wege gehen! Warum muss ich immer deinen Wege gehen? Kann ich überhaupt noch höher? Knopf! Dann geht das deinen Weg! Ja, die Geschütztürme! Now talking! Ja, und dann wird das Baby erschossen. Das ist jetzt doch jetzt schon kommen. Na super! Nichts funktioniert hier! Ich soll links gehen, dann geh ich rechts! find out! Ja, dann schaue ich die ganze Zeit. Ohohohohohohoho! Ich habe einen Cube gefunden! Sag es nicht auf! Aber ich habe einen Cube gefunden! Das muss ich einfach ausnutzen! Nein! Ich schwöre! Das EP ist wirklich blind! Ich wollte mich dir einfach nur wieder setzen! Ja, Chicken geht ihre eigenen Wege. Kann ich ihn auch wieder rausnehmen? Nein! Das war wirklich ein Zufall! Aber hey, es lohnt sich manchmal vom Wege abzugehen! Hm, ich könnte runter gehen, ich könnte aber auch keine Ahnung wohin gehen. Fire Door! Ah, wir sind jetzt gerade ein Feuer! Okay, daran kann ich nicht! Ja, eine Manufaktur, wo die Portalflächen hergestellt wurden! Nehme ich jetzt einfach mal an! Schaffe ich es auf dem Gelben zu landen? Ja! Ja! Aber ich soll da nicht hin, meint das Spiel! Spaßverzerber! Ah! 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 Okay... Ah! 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 Vor ihrer Abtrennung? Wie habe ich das denn zu verstehen? Das heißt, das hier könnte zwischen 1 und 2 spielen? Weil am Ende von Portal 2, ne, ihr habt es ja gesehen, da war sie alles andere als abgetrennt. Ein Cube! Ah, gib mir mal den Cube. Ernsthaft, da oben wird das deaktiviert. Ja, da unten wäre auch zu einfach. ... Ich habe nicht mal mitbekommen, was hier Pälze passieren können. Brumpf mich nicht so an. Ach so, für da rüber gehen. Nee, 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 alles okay. Ich kann doch auch so rüber. Was hast du denn? Woot, woot, woot. Woot, woot, woot. Woot! Ah ja! Das ist ein Gitter, wodurch man Gegenstände wie zum Beispiel einen Cube durchkriegen kann! Äh, komm ich hier eigentlich jemals wieder zurück? Ich glaub, man kommt hier nicht zurück, oder? Kann man dadurch auch total schießen? Okay, dann hab ich mir was gesagt. Ich hätte schon fast... gesagt... Gamebreaker gefunden. Aber nein! Nein, man kommt zurück, man kommt zurück. Die weit was andere Frage. Wie krieg ich den Cube da hinten aus? Ich muss eigentlich da drauf stehen. So rein theoretisch, was ich gerade im Kopf habe. Das ist jetzt nur so ein Prototyp-Ansatzlösung, ne? Ja. Was machst du eigentlich? Du gibst mir einen zweiten Cube? Ja! Das hättest du vielleicht vorher mal wissen sollen schicken können. Okay, dann ist die Lösung... Der Lösungsansatz... ...die ich gerade im Kopf habe, finde ich... ...gar so falsch? Äh... Tschöken, du machst schon wieder alles falsch! Was kannst du eigentlich? Versagen! Das kann sie gut! Das kann sie gut! Ja. Nein! Ich will doch nicht! Besser! 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 Ich hatte gerade einen Denkfehler! Gedankenaussetzer! Was? Chicken denkt nicht? Das hat sie doch noch nie getan! Ach, Chicken! Was sollen wir bloß mit dir anstellen? Erst überlegen, dann schießen! Sehr schön! Und Abfahrt durch dir! Hallo Mester-Kamera! Kann ich dich auch mitnehmen? Hallo Mester-Kamera! Kann ich dich auch mitnehmen? Ich... ...rücknis den... ...ausgang. Aber ich brauche noch... ...den Q! Weil ohne... Ich... ...brauche den da als... ...Tischersatt! Sagen wir es mal so... ...blätterhafterweise... Oh, ich hatte noch... Ich glaube, ich habe ein bisschen zu... ...schnell gedacht, weil... ...ich brauche den... ...den anderen Strahl noch checken! Aaaaah... ...das umständliche Denken von ihr... ...das kannst du eigentlich... Ja, jetzt wird er wieder schnell auf der anderen Seite! So, gegen Orange! Ich bräuchte eigentlich erstmal noch... ...ne, brauche ich nicht! Ich wollte mich wieder mit diesem Transportstrahl... ...da rüber! Aber ich hatte ja noch hier ein Portal! Ja! Oben hin!